In der G20-Woche, der 4.7. hier, und hier in diesem Video möchte ich gerne mal den Herrn Hartmut Dudde vorstellen. Hartmut Dudde ist tatsächlich der Einsatzleiter des G20-Gipfels. So, und was ist dieser Miss, was ist dieser Hartmut Dudde für ein Mensch? Groß geworden tatsächlich unter der Schill-Ära, CDU-Schill-Ära. Da ist er, ne, genau so ein Mensch ist das auch. Und der ist jetzt im Grunde genommen, da sagt Olaf Scholz, das ist mein bester Mann. Das zeigt halt auch, was für eine rechte Socke Olaf Scholz ist. Ja, hier im Satz ist so ein kleiner Artikel da erschienen, da drüber im Grunde genommen, der überzeugte harte Hund heißt der Artikel. Und der hat, also, diese, 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 hier im Grunde genommen diese Hamburger Linie gezeigt. Nämlich, dass man, nichts mit Deeskalation mehr. Wir eskalieren die Sache. Wir bringen die Leute dazu durch Gewalt und Knüppel und Terror im Grunde genommen und Einschränkungen der Bürgerrechte, bringen wir die Leute dazu, dass sie sich nicht mehr trauen, zu demonstrieren. Und wir können immer, wir sagen immer schön, die Gewalt gehen von den Demonstranten aus. Wenn sich dann halt da junge Menschen angegriffen werden von der Polizei, weil das werden sie unter Hartmut Dode. Das ist genau der Plan unter Hartmut Dode. Diese Menschen werden angegriffen, tatsächlich. Und die wehren sich, so wie es jeder normale Mensch auch tut, tatsächlich. Beziehungsweise 50 Prozent der normalen. Da kommt dann Fight oder Flight. Das Problem ist, die Polizei lässt einen nicht mehr fliehen in Hamburg. Es sind die Leute komplett eingekesselt. Zur Not, wie zum Beispiel auch 2007, ja, da ist die Demonstration komplett eingekesselt gewesen und die durften dann marschieren, ja, aber die sind, das hat man dann Wanderkessel genannt. Die sind in Dreierreihen mit behelmten Polizisten dann eskortiert worden. Da ist so ein Kokon um die gebildet worden und ist mehrfach gestoppt worden, weil dann irgendwelche Transparente irgendwie fünf Zentimeter zu lang waren und all so ein Quark. Das ist Hartmut Dode. Der ist natürlich vor dem Hamburger Verwaltungsgericht als rechtswidrig eingestuft worden, dieser Einsatz der Polizei. Interessiert, das war 2007, das interessiert aber nicht. 2008, ja, da, das Verwaltungsgericht rügt, hat da auch den Einsatz gegen das Kohlekraftwerk Moorburg. Auch ebenfalls gerügt. Der hat da eine Demonstration vorzeitig auflösen lassen, weil die Steuerzahler, ne, die Demonstranten hätten den Steuerzahler schon genug Geld gekostet. Hat er öffentlich gesagt, dieser Antidemokrat. Diese und, ne, und andere Polizeistationen, ey, das wollen wir auch, wir wollen auch prügeln. Und zwar, ohne dass es Konsequenzen gibt. Ja, da sieht man dann halt, was passiert dann zum Beispiel in Stuttgart. 21. Da hat dann der Mappus gesagt, hier auch, Hamburger Linie, das sind Schüler und Rentner, egal. Und zur Not sagt er, die haben mit Kastanien geworfen. Was dabei rausgekommen ist, das dürfte noch jedem bekannt sein. Das ist die Hamburger Linie. Hab und Duda bezeichnet das Deeskalation durch Stärke. Das ist ein Euphemismus, das könnte aus der Trump-Ära, das ist tatsächlich ja Trump-Ära jetzt gerade, das könnte aus dem Trump-Vokabular sein. Das könnte Kellyanne Conway oder Sean Spicer benutzt haben diesmal. Das ist ein Euphemismus dafür, deswegen, äh, Deeskalation, ja, ja, ihr macht nichts mehr, weil ihr Angst davor habt, wenn ihr auch nur irgendwas macht, was wir euch nicht erlauben, egal, ob das Rechtswidriges ist, das Verbot Rechtswidriges ist oder nicht, wenn ihr irgendwas macht, was wir euch nicht erlauben, dann gibt's den Knüppel, dann gibt's Pfefferspray und dann interessiert uns auch nicht, was die Gerichte sagen. Denn, das ist Sachs von Hartmut Duda ja halt auch, sie können ja dagegen klagen. Haben bisher alle, bei allen Einsätzen, bei denen dieser Mann der Einsatzleiter war, wurde immer dagegen geklagt und immer wurden diese Einsätze von Hartmut Duda als rechtswidrig eingestuft. Gibt es Konsequenzen? Ja, gibt es. Da bestellt der ehemalige Innensenator, Michael Neumann, nämlich dann Duda 2012, zum Gesamteinsatzleiter der Hamburger Polizei? Trotz der ganzen, nicht, beziehungsweise, nicht trotz der ganzen Urteile gegen Hartmut Duda, nein, nein, wegen dieser Urteile. Da warst du mal ganz genau, das interessiert den einfach nicht. Der bringt Ergebnisse. Der Weg dahin interessiert den nicht, der bringt Ergebnisse. Das sagt sich die SPD in Hamburg, diese rechte, dieser rechte Abzweig der SPD. Der bringt Ergebnisse. Mein bester Mann. 2015 hat die, äh, 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 ist die Leitung der Bereitschaftspolizei zurückgetreten, weil sie von Hartmut Duda genötigt wurde. Ein NPD-Lautsprecherwagen, trotz freier Wege, ne? Also, der hätte auch völlig woanders langfahren können. Hartmut Duda hat ganz bewusst diesen NPD-Lautsprecherwagen durch die Gegendemo gelotst. Beschützt von der Polizei. Das ist Hartmut Duda. Nicht mit Deeskalation. Es wird wunderbar benutzt, dieses Wort Deeskalation. Jetzt kann man sagen, wieso das ist so Deeskalation, was wir hier machen? Nein, 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 nein. Provokation. Das ist Hartmut Duda. Und sobald auch nur irgendjemand, und sei es die eingeschleusten Spitzel, dann auch nur irgendwo einen Kiesel nehmen und werfen, wird sofort zugeprügelt. Das ist Hartmut Duda. Das ist die Hamburger Linie. Und das ist genau das, was beim G20 passieren wird. Wieso jemand von einer SPD-grünen Regierung, von einer rot-grünen Regierung, da reingesetzt werden kann, das zeigt einfach nur, wie weit rechts die SPD in Hamburg ist und wie weit rechts auch die Grünen sind. Unglaublich, echt.